Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde hier in WarMDs2, Zug 66, 20. September 1942. Und wir versuchen jetzt die Lücken zu stopfen, beziehungsweise uns in der zweiten Verteidigungslinie besser aufzustellen. Ich erinnere nochmal, hier die Angriffe im Bereich der Heeresgruppe Süd und die können schon zur Heeresgruppe Mitte, oder? Da muss ich nochmal reinschauen. Jedes Mal nicht, aber heute ist es soweit. Vierte Armee, Heeresgruppe Mitte. Ich blende die sowjetischen Angriffe nochmal ein. Da müssen wir natürlich schauen, dass wir uns hinter der Front verstärken, denn vor allem in diesem Bereich hier, diese drei Angriffe mit 88.000 Mann, mit 71.000 Mann, also da haben die Sowjets auf alle Fälle gekleckert und nicht gekleckert. Habe ich... Was ist denn hier passiert? Habe ich schon wieder angegriffen? Oh nein! Sowas Blödes. Den Luftauftrag vom letzten Mal wieder gelassen. So eine Scheiße. So... Och, Gottes Willen. Oh nein! Das ist sehr ärgerlich. H-48 Ju, 88, 89 Ju, 87, 29 BF 109, 17 H-129, H-78, BF 109er. Wie viele Flugzeuge jetzt hier im Bodenangriff durchgeführt haben, wisst ihr was? Schau mal, dass ich den jetzt hier gleich rausstreiche. Kann ich das überhaupt jetzt hier machen? Ground Attack. Ah, shit. Ich kann den Auftrag gerade nicht ändern, gah. Darf ich nicht vergessen. So ein Mist. vollkommen überflüssig gut aber es passiert ist passiert kann man nicht ändern es ist ärgerlich steht uns natürlich auch nicht gegen geld zu gegenschlägen bereit wir fangen jetzt hier am besten bereich der heeresgruppe süd an wir schauen uns hier mal die franzosen die rumänen sind schon dabei dass sie sich hier eingraben wir haben hier derzeit auch keine sowjetischen angriffs angriffs bewegungen zu verzeichnen vielleicht mal hier schon mal die elfte rumänischen für die division die kriegen wir jetzt mal hier in die front ist vielleicht hatten bisschen arg leise das ganze hier dann wird haben wir noch stehen die dritte rumänische haben jetzt nach vorne gebracht genau die beiden divisionen dürfen sich noch ein bisschen erholen stehen auf einem ordentlichen depot ja wohl tun sie wie schaut es in astra kann aus da haben wir jetzt die müssen alle die müssen noch im refit bleiben wie sieht es aus bei italienern 47 prozent kriegstärke nachweis 44 prozent kriegstärke nachweis 54 prozent kriegstärke nachweis das ist natürlich nichts die müssen wir auch alle irgendwie ja und in dem frontbereich ist es echt schwierig die einheiten wieder aufzustocken wisst ihr was die rumänischen kavallerie einheiten die sind jetzt tatsächlich erstmal egal wir stecken jetzt hier noch also egal insofern dessen dass dass ich schaue dass ich die stärkeren italiener hier irgendwie mit dran bekomme dann sollen die jeden frontbereich noch mit verstärken ist auch hilfreich dass sie helfen hier die befestigungsstufen hoch zu bekommen denn die sind noch sehr sehr gering wie fit raus die erste rumänischen verdriebe sind ist an ready ja ich stelle jetzt aber trotzdem die italiener auf die depots einmal zweimal aber schon dreieinheiten drin er hat die vierte rumänische armee kann hier natürlich ebenfalls noch rausgeführt werden dann stellen wir die alle drei auf refit farbquartier noch mit dran und dann das zweite depot steht hier drüben ja dann bringen wir tatsächlich die rumänien hier ebenfalls noch raus bringen die jetzt erstmal in die in die verteidigungslinie dann ist man auf alle fälle definitiv hoffen dass wir keine sowjetischen angriffe mehr haben aber ich denke mal eigentlich nicht dann bringen wir die italiener nach charaballi einmal ins depot zweimal und dann hier einfach in die nähe und alle hier auf refit so bereiten wir uns auf den winter vor dann einheiten der zweiten panzer armee die zweite panzer habe ich ja vorgesehen ich überlege jetzt gerade die zweite panzer armee soll hier im bereich der heeresgruppe mitte absichern ich denke mal wir werden hier einfach einheiten mehr oder weniger austauschen immer doch mal die 223 infanterie division na komm wir bringen sie jetzt einfach erstmal richtung im osten drüber dann haben wir die 26 panzer division quasi kein sprit mehr die 18 motorisierte gut was ich jetzt frage jetzt habe ich nicht vielleicht einfach einheiten zwischen der zweiten panzer armee und der dritten panzer armee durchtauschen das ist nur die frage wenn ich könnte natürlich den neunten ja wisst ihr was die haben ja eh nicht so viel benzin dann würde ich fast sagen wir ziehen tatsächlich die einheiten hier nach ich lasse es mir noch mal offen infanterie auf alle fälle hier an die ungarn stehen soweit ganz gut ich würde natürlich gerne wir müssen jetzt schauen wir mal wo die sowjetischen angriffe waren hier drüben schauen wir mal dass wir jetzt hier einheit daran bringen die neunte panzer division die sieht richtig gut aus die sachen 22 22 22 angriffswert auf 85 prozent kriegsstärke nachweis munition 90 prozent ich würde sagen wir führen jetzt hier den ersten gegenschlag gegen dies gegen das sowjetische panzerkorps hier oben zusammen mit der toten kopf geht nicht zusammen ist was dann bewegen die toten kopf einmal shit kann ich angreifen greife trotzdem an aus der bürgen heraus mal schauen was passiert ja 119 panzer 81 haben sie verloren die frage ob wir jetzt hier stehen bleiben bringen wir das panzerkorps alle fälle mal hier in stellung ebenfalls die 29 der motorisierte division ist auf 90 prozent kriegsstärke nachweis also soll status angekommen munitions bei 49 prozent das ist nicht wirklich viel ich würde jetzt trotzdem einfach mal hier nachziehen stellen wir selber da mal hin und werden die auf reserve stellen dass die bei gefechten die weiter an der front geschehen mit eingreifen können haben können dass man die augen anders umorganisieren hier dritte panzer armee ja muss ich umorganisieren das acht das 46 panzerkorps wir schauen mal nach mechanisiert heinrich von wittinghoff mechanisiert sieben infanterie sieben moral sieben er ist ziemlich gut ich muss jetzt überlegen welches welches hauptquartier ich nehme dann haben wir den traugott herr 77 moral audi nehmann der was den ziehen wir jetzt ab den ziehen wir jetzt ab hier rüber und dann werden wir hier umorganisieren die kommen zum 27 panzerdivision zum 57 motorisierten chor rutenkopf zum 57 motorisierten chor müssen natürlich jetzt noch 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 massiv umorganisieren die kommen ebenfalls zum 57 motorisierten das wird jetzt hier quasi unsere eingreiftruppe gegen die sowjet die hier in durchbruch gewagt haben diesen auf refert 74 prozent munition sieht auch gut aus stellen wir dir doch mal ich überleg mal erstmal in die zweite reihe schön ist jetzt in den runden ihr habt euch jetzt mal deutlich mehr einblick in die administrative phase auch des spiels denn vieles von dem was ich jetzt hier quasi mache mache ich ja normalerweise am ende des zuges ich muss hier natürlich noch ein neues hauptquartier hinzugewinnen die haben auch so viele einheiten hier nehmen wir doch das panzerkorps wir schauen jetzt mal wir schauen jetzt mal ob ich hier vielleicht noch einheiten raus lösen kann wie sieht die sowjetische verteilte sowjetische angriffe nicht so stark aus wir hatten hier auch keine sowjetischen angriffe das ist gut das heißt wir bewegen mal die gerade ist es die großdeutschen oder großdeutscher motorisierte division genau die bringen jetzt erstmal raus die kommen ebenfalls zum jetzt warten wir mal wir sortieren erst mal hier drüben um wir sortieren erst mal hier drüben um das ist das 46. panzerkorps auch wenn jetzt dann keine großen panzer drinstecken werden 46. panzerkorps hier vorne 46. panzerkorps 8 von 10 das hauptquartier ist mit 14 14 da müssen wir noch zwei divisionen raus bekommen kriegen wir auch sicherlich raus einmal hier das 46. panzerkorps dann müssen wir hier noch eine division haben 12 von 10 möglichen befehlshaber punkten hier ausgegeben müssen wir noch eine wegnehmen kriegen wir noch eine dazu bei dem nicht das korps voll das ist nur die frage haben wir hier noch irgendwo infanterie drin stecken die 14 der motorisierte muss irgendwie schauen dass ich hier die fronteinheiten irgendwie stabilisieren habe ich hier im rückraum noch irgendwas die 113 steht auf refit die nehmen wir raus und bringen sie hier oben und bringen sie hier oben an die front die 57 dafür in den rückraum auf refit oh ja dringend und ebenso die 95. noch dringender 73 37 prozent bloß noch und ebenfalls auf refit und dann haben wir natürlich hier doch noch mal eine massive lücke die sechste armee ist voll hier kriege ich auch keinen mehr unter nehmen wir die 75. hier noch mit 75. hoch raus aus dem refit ja das sieht doch wunderbar aus wunderbar ist vielleicht übertrieben aber gut wir schauen jetzt mal 19 hier wir haben einen verteidigungswert von 8 nur also hinter dem ist gleichzeichen ist der verteidigungswert der ist hier noch relativ gering deswegen müssen wir schauen dass ich hier die einheiten quasi im rückwärtigen raum auf reserve stelle hier ebenfalls auf reserve die panzerdivision ebenfalls auf reserve da muss noch eine weg die sind voll ich löse jetzt hier mal die infanteriedivision hier raus einmal raus lösen müssen natürlich noch ersatz finden dafür ist nur die frage wen die länder bekomme ich hier nicht ran fehlt es mir ein bisschen an einheiten macht nichts wir nehmen jetzt hier zum sichern die 19 leichte ungarische sollte erst mal reichen und dann bringen wir hier die infanterie der dritten weiter nach morden die 24 die wird uns die lücke hier oben stopfen ja okay in dem core kann man auch jemand aufnehmen wo haben wir noch zu viel bei dem core nicht bei irgendeinem core habe ich noch zu viele einheiten hier haben wir noch zu viele einheiten dann unterstellen wir jetzt ist die frage was mache ich hier unterstützung die panzerdivision dann habe ich die nicht vielleicht auch eher ist da was das ist echt schwierig ich bringe die panzerdivision hier auf reserve die haben noch zu viel okay dann bringen wir die in den bereich der 47 und dann müssten wir hier eigentlich relativ sauber jetzt durchsortiert sein die einheiten bleiben jetzt erst beim refit bis die genügend munition haben dritte panzerdivision ebenfalls weißt du was haben wir eigentlich reserveersatzpatäone hier ne haben wir nicht das wollte ich aber vielleicht noch mal ran führen dritte panzerarmee steht auf dass wir mal schauen unterstützungselemente 6 ich logge die jetzt mal und wir stellen uns da jetzt unsere panzer satzpatäne noch mal rein die muss ich jetzt erstmal suchen on map support dann armoured und hier müsste ich sie eigentlich finden bei der ersten panzerarmee befinden die sich gerade tatsächlich würde ich sagen haben wir die erste panzerarmee die ist nicht mehr so wichtig ist sie natürlich schon noch aber ich denke baku kriegen wir auch so also transferieren wir jetzt hier das panzerbataillon zur was ich gesagt dritte panzerarmee wo ist sie einmal zur dritten panzerarmee dann haben wir das panzerbataillon ebenfalls zur dritten panzerarmee dann kann man die nächste runde die einheit ein bisschen auffrischen gut was wir noch ein bisschen sorgen macht ist dass ich derzeit in diesem bereich jetzt hier keine unterstützungskräfte im rückraum habe das muss vielleicht die zweite panzerarmee machen die stehen zieht die aus der front raus die zweite panzerarmee lasst uns die mal hier rüber bringen 16 der motorisierte die solle im bereich der zweiten armee ist die frage habe ich die so generalstab sagt gerade ich muss noch mal die verteidigungslinien durchgehen da ist eine einheit die sehr schlecht am verteidigen ist muss ich mir gleich mal anschauen jetzt die dritte panzerarmee prüfen jetzt noch mal die haben 30 von 36 befehls aber punkt ausgeben das heißt wir kriegen ja noch einheiten unter wisst ihr was ich stecke jetzt die 223 noch irgendwo zur dritten armee machen wir jetzt gleich einmal hierzu unterstellen wir mal direkt der dritten panzerarmee so im bereich von stalling nötig von stallingarten einheit mit verteidigungswert von 2 aber hier die 24 infanterie division diese die ist richtig schlecht kann ich bloß nicht mehr rausziehen hier wenn da noch irgendjemand dran die siebte mutter die vierzehnte motorisierte stämme damit dran wird aus zumindest ein bisschen besser aufgestellt alle bereiche kann ich nicht abdecken aber wir haben jetzt doch einiges an einheiten die hier auf reserve stehen die dann hoffentlich in die gefechte mit eingreifen können plus unsere plus unsere luftverteidigung die wird hier etwas mehr gestaffelt haben allerdings mit dem großen fehler sie diesen luftangriff dieses eine hexfeld gestartet habe das natürlich wirklich wirklich sehr sehr ärgerlich aber kann ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr nicht mehr ändern ok sitzen hier aus auf einem depot ok ansonsten kann ich dritte panzerdivision diesen allen refit 82 prozent munition fehlt noch haben das 35 prozent munition die achte panzerdivision 87 prozent kriegstärke nachweis also sollstärke aber nur 47 prozent munition da müssen ein bisschen nachfassen denn unter 50 prozent sinkt man angriff fährt schon mal um 50 prozent von daher warten wir hier ein bisschen und lassen die einheiten jetzt zurückstehen und hoffen dass wir hier dann für einen falls die sowjets hier weitermachen mit ihrer offensive dass wir dann im rückraum genügend einheiten haben die das ganze hier wieder etwas verbessern können wir machen hier gleich mal weiter mit unseren eisenbahnen denn ich bin natürlich sehr sehr neugierig darauf wie weit wird diesmal mit den reparaturen kommen außerdem kann es manchmal zu problemen kommen ihr könnt jetzt hier nicht keine ziehen die stadt nicht rein nach mikailovka liegt daran dass hier zu viele einheiten drinstehen ich ziehe mal die elfte armee kurz hier ab und gehe mit der feld eisenbahndirektion hier rein ja dann kann man ja mir wieder zurückführen das heißt es wird langsam besser müssen wir gar noch einmal die bruce errichten in jeder eisenbahnanlage nein haben alle die bruce richtet das heißt wir werden nächste runde bis nach michaelovka hoch versorgen können das ist sehr sehr gut denn gerade das waren die bereiche hier bei der elfte armee die einfach für mich schwer zu versorgen waren wir können auch mal ist ein einschalten wir können sehen dass 70 einheiten die momentan in die bereich und die masse wird aus stalingrad versorgt aus woronisch und was haben wir hinten für eine ortschaft das ist lobedien wir müssen natürlich schauen dass wir möglichst weiter nach vorne kommen okay das müsste es gewesen sein im bereich gut schauen wir sich irgendwie die nächste lücke schließen kann immer ein bisschen weiter nach norden schauen ob die 255 hat zwar wenig munition habe ich befürchte bei wester was schon angriffe die waren zwar hier in der front bereich konnten sie aber knapp zurückwerfen knapp zurückwerfen es wäre schon gut wenn wir hier noch irgendwie panzereinheiten hätten und hier waren auch die großen angriffe jetzt wisst ihr was wir schauen dass wir jetzt hier dass wir hier eine ein panzerkorps stationieren wo können die hin ein panzerkorps stationieren dass hier in diesem bereich aufpasst bei dem panzerkorps wie viel hängen denn da jetzt dran wir schauen mal das sechstes panzerkorps wir bringen mal dieses panzerkorps hier in stellung zur unterstützung eventuell als reserve und werden die auch in einem anderen hauptquartier zuordnen und zwar hier dem zwölften chor wer ist denn der befehlshaber walter schroth ach du scheiße der kann überhaupt nichts vollkommen ungeeignet für für panzerkriegsführung mechanisiert 3 soll ich den ersetzen ist eigentlich keine frage ob ich den ersetzen soll eigentlich muss ich ihn ersetzen kostet mich 11 administrative punkte wir schauen mal mechanisiert haben wir noch jemanden der frei ist general mario fredda pico maximilian nehmen wir den hat mich natürlich jetzt meine ganzen administrative punkte für die runde gekostet aber trotzdem okay das ist das zwölfte korps die sechste panzerdivision kommt also zum zwölften korp ja mut zur lücke oder wir bleiben hier in den stellungen vielleicht muss ich ein bisschen ausdünnen ist bloß die frage wo ich blende nochmal die angriffe ein zweimal knapp gehalten wisst ihr was wir setzen die 125 time in regimenter und die 168 bringen wir jetzt noch rüber zur verteidigung in diesen bereich die einheiten hier unten im refit die sollen hier auch bleiben müssen wir wieder aufgefrischt werden lasst mal da ja und die einheiten bleiben jetzt hier auch erstmal stehen versorgen dürfte was besser wenn ihr könnt sehen hier oben in der linken links links oben in der ecke wird lasse ich mir derzeit anzeigen wie stark die supplies bekommen wie viele supplies die haben und auch rot ist natürlich jetzt suboptimal aber ja das wird nächste das wird langsam besser werden lassen wir es aber trotzdem eine stellung sie sind nicht optimal ausgerüstet die elfte armee wird also jetzt hier bleiben die restlichen einheiten hier unten bleiben im refit damit wir hier ja unsere winterverteidigung auch einigermaßen ordentlich dann aufbauen können doch im großen ganzen würde ich sagen sieht es sieht es ganz ordentlich aus gut schauen wir uns auch mal an die sowjets haben hier angegriffen zwei rückschläge die 297 infanterie division zurückgeworfen und die siebte infanterie division zurückgeworfen unter geringen verlusten angegriffen haben die sowjets mit knappen 40.000 mann pro angriff soll mal schauen hier die 297 ja die müsste eigentlich auch mal wieder aufgefrischt werden siebte fans die erste panzerdivision die hat 143 prozent munition aber 44 prozent soll stärke bloß noch das wäre eine der division die wir nächste runde mit den panzersatz bataillonen ausrüsten sollen und müssen das machen wir auch weil munition haben die zum saufordern das ist schon mal ganz gut zweite panzerarmee wir schauen mal nach die ist jetzt im süden zweite panzerarmee hat derzeit unterstützungs level 6 wisst ihr was die zweite panzerarmee bringe ich jetzt auch schon langsam richtung norden die dürfen per gewaltmarsch hoch verlegt werden ich möchte jetzt das schienensystem nicht mit einem hauptquartier belasten so also elf dame sieht für mich eigentlich recht vernünftig aus was haben wir oben noch für den angriff gehabt die haben wir gehalten 21.000 mann gegen 23.000 mann aber relativ knapp gehalten und hier zwei angriffe einem auch beides relativ knapp gehalten trotzdem haben die sowjet sich jetzt aus dem sektor aber auch schon wieder zurückgezogen also ich vermute dass tatsächlich die angriffs bemühen hier in dem bereich wahrscheinlich auch schon auch schon zum erliegen kommen jedenfalls hoffe ich dass ich muss die ich muss die lassen hier bleibt mir jetzt anders übrig ich brauche einheit im refit also haben wir die 11. armee abgeschlossen dann würde ich sagen bewegen wir uns hier im frontbereich hier bei der vierten armee die 106 panzerdivision auch die sollte ich vielleicht erst mal noch im refit lassen die erste panzerdivision kommt ebenfalls in refit die 14. panzerdivision darf hier mitwirken ja des weiteren werden wir uns mit der vierten panzer mit der vierten armee hier nicht weiter bewegen wir haben gesagt dass wir hier diesen fluss oder ja wir haben gesagt dass wir diesen fluss hier als verteidigungslinie nutzen dabei bleibt es auch hier sind wir in den stellungen fertig das war's für diese ausgabe würde ich sagen mach mal nächste ausgabe weiter ich weiß noch nicht genau wo ob wir dann erstmal runter nach süden gehen oder hier richtung richtung norden abwandern das werden wir in der nächsten ausgabe sehen aber jetzt im süden ich bin natürlich nicht hundertprozentig zufrieden ich hoffe nach wie vor darauf dass die soviets extrem katastrophale versorgungslager haben aber hier bündelt sich schon einiges aber ich bündel mittlerweile auch meine zweite und dritte panzerarmee in dem sektor das wird schon irgendwie gut gehen und haben wir noch weitere wie war es im süden hatte ich nicht noch weitere panzerdivisionen hier bereitgestellt die dann per schiene verlegt werden ja hier die zehnte panzerdivision die wird auch in der nächsten runde schon dort oben im nördlichen bereich zu finden sein da wir sie abziehen per schiene und dann werden wir das ganze denke ich hier schon irgendwie stabilisieren können ah hier ist eine weitere und die fünfte panzerdivision ist auch noch unterwegs ist ja was verlege ich die doch gleich direkt per schiene nach stalingrad ja und von dort aus und train können wir sie in der nächsten runde hoch bewegen sieht es denn hier aus 8 von 10 dann hängen wir sie doch dann hier an das zwölfte chor einmal als zwölfte chor dann ist das auch schon quasi frisch ausgerüstet ja in diesem sinne sehen wir uns nächste ausgabe würde mich freuen wenn wir uns dann wiedersehen und bis dahin wünsche ich euch gute taktische operative und natürlich auch strategische entscheidungen auf anderen euren schlachtfälle macht es gut glaubt jetzt servus wir sind wir sind wir sind wir sind wir sind